Eine derartige Löschübung ist wichtig, um den Ernstfall zu trainieren. Das heißt, wenn ein Brand ausbrechen sollte, fangen die Einsatzkräfte geschult, gezielt diese Brandherde zu bekämpfen und den Löschangriff durchzuführen. Im technischen Konzept war uns wichtig, dass wir den sehr hohen Industriestandard erfüllen können, zum Thema Brandschutz hinsichtlich des Betriebs dieser Anlage. Uns als Verbund bringt es einen Erfahrungswert in der Planung per se, wie kann man abgestimmt mit den Einsatzkräften den Brandschutz gewährleisten und gemeinsam mit unserem Partner wollen wir die Anlage so lange als möglich sicher betreiben.